Ja, leg mir kaum stirbsli, wird der Schweizer sagen. Was ist denn da bitte los mit der Preisgestaltung, oder? Mann, 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 herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Make-Up Locker. Jetzt wird's bunt und heute reden wir mal ein bisschen über Spritpreise, allgemein Rohstoffe, Nebenkosten und so weiter. Denn was da dieses Jahr noch auf uns zukommt, das hätte, glaube ich, bald niemand gedacht. Von der einen Tragödie und von der einen Scheiße in die andere. Es ist doch bei Gott nicht mehr normal. Und auf jeden Fall möchte ich mal dir auch den Tipp geben, ja, wir haben Anfang des Jahres, die Brautsaison zum Beispiel beginnt bald. Und wenn du mobil unterwegs bist oder du hast ein mobiles Studio oder allgemein und du hast aktuell natürlich den Stand der Spritpreise und, hey, die werden nicht runtergehen, wahrscheinlich werden die noch hochgehen, dann solltest du dringend anfangen, deine Preise umzukalkulieren. Denn gerade wenn du mit Fahrkosten etc. zu tun hast, wo du mit dem Auto hinfahren musst zum Kunden, dann solltest du dir das definitiv bezahlen lassen, denn das wird in Zukunft richtig teuer werden. Genauso auch alles, was mit Strom, Heizkosten und so weiter, wenn du ein Studio hast, auch da solltest du extrem dran arbeiten beziehungsweise extrem nochmal deine Kalkulation überarbeiten, so damit du nämlich dann am Monatsende nicht das große Wunder erlebst. Ja, zum Beispiel auch hier Müllkosten. Ich habe letztens, ich zahle 200 Euro Müllkosten, wo mein Bekannte mir noch gesagt hat, hey, das gibt es doch gar nicht, du bezahlst ja mehr wie wir zwei zusammen. Aber wir haben nachgeschaut, tatsächlich, das sind die regulären Zahlen bei mir gewesen. Also, weil ich einfach in einem Gebiet wohne, wo etwas teurer ist und wo sie die Preise angehoben haben. Also von dem her, in allem, was jetzt so langsam auf uns zukommt, ist es so, dass wir jetzt anfangen müssen, auch unsere Preise wieder zu überarbeiten, also deine Preise zu überarbeiten, so damit du eben auch diese Preiserhöhung, was aktuell auf dem Markt stattfindet, mitmachen kannst. Also, dass du da mithalten kannst und du dein Unternehmen, dein Business aufrecht erhalten kannst. Denn nochmal, die ganzen Nebenkosten, alles, was kommt, egal ob Spritkosten, Heizkosten, Stromkosten, es wird einfach teurer werden. Und viele Dinge werden absoluter Luxus. Und ich kann dir bloß einen Tipp geben, dass du anfängst, jetzt quasi genau zu überlegen, ja, wie kannst du deine Dienstleistungen vielleicht optimieren, was kannst du zusätzlich anbieten, was dich vielleicht ein bisschen mehr Zeit kostet, jedoch aber dann, ja, die Preiserhöhung einfacher macht für den Kunde, dass man sagt, du, pass auf, ja, es ist einfach so, man sieht ja, ich muss eine Preiserhöhung machen, letztendlich aber bekommst du jetzt eben, ähm, trotz der Preiserhöhung noch einen kleinen Obolus, ja, bei einer Dienstleistung könnte es sein, vorher war es nur eine Gesichtsbehandlung, jetzt kriegt er vielleicht noch eine kleine Handmassage mit dazu. Oder whatever, ja, also quasi etwas, wo man sagt, okay, pass auf, ich weiß, ja, Preiserhöhung ist nicht immer gern gesehen, jedoch, ja, bekommst du jetzt dafür noch einen geileren Service als wie vorher, zum Beispiel sowas. Ja, bei mir natürlich muss ich auch mein Coaching anheben, ja, das VIP-Coaching, wo ich ein Jahr lang coache, wird definitiv von zweieinhalbtausend Euro dieses Jahr hochgehen auf über dreitausend Euro. Also auch hier, Hashtag Werbung, wenn du vorhast, ja, oder wenn du Lust hast, dass ich ein Jahr an deiner Seite bin, dass ich mit dir dein Beauty-Business aufbaue über Social Media und das Ganze ein Jahr lang, ey, dann schlag jetzt noch zu, denn auch ich werde eine Preiserhöhung machen. Das ist sicher, ja, das ist wirklich sicher, denn wir müssen alle mit der Zeit gehen. Sonst gehen wir mit der Zeit. Und von dem her, also Wahnsinn, was gerade doch alles abgeht, oder? Es ist phänomenal. Also es ist wirklich unglaublich. Man kann es gar nicht in Worte fassen und man findet auch keine passenden Worte, was gerade passiert, ja, also so, man denkt, das eine ist fertig und denkt, juhu, Fallera, ja, jetzt endlich mal kommt die Normalität. Bullshit, ja, dann kommt wieder eine andere politische Entscheidung, was wiederum auch ausschlaggebend ist für, ja, also, ich will ja gar nicht so drauf eingehen, ja, Politik und so weiter hat quasi auf Social Media nichts verloren. Das ist ja so eine persönliche Einstellung, aber nichtsdestotrotz, ja, wir müssen einfach als Selbstständige jetzt handeln und da kann ich dir wirklich bloß den Tipp geben, ja, schau nochmal nach, kalkuliere, optimiere deine Leistungen, schau, dass du deine Preise angleichst, denn billiger wird's nicht mehr. Also, rock the make-up, bis zur nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt, Make-up-Blocker, jetzt wird's bunt und hey, wenn du die Möglichkeit hast, einen Kommentar zu schreiben, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst, schreib mir mal, was du gerade denkst. Das würde mich echt mal interessieren, zu dieser Zeit. Rock the make-up und ich freue mich, von dir zu hören.